Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch mal den Einbau und die Installation meiner Kamera in Lightburn. Zunächst musste ich noch einige Vorbereitungen machen. Um den Laser fix zu positionieren, habe ich ein paar Positionsecken gedruckt und auf den Boden um meinen Laser herum geschraubt. Jetzt ist er mobil, aber ich kann ihn immer an der gleichen Stelle positionieren. USB-Anschluss, Autofokus mit 5 Millionen Pixel und einem Field of View von 65 Grad. Um die Kamera zu befestigen, habe ich mir eine Halterung gedruckt. Meine Halter für die Mitte des Enclosers musste ich wieder austauschen. Man sollte vorab den Fokus der Kamera prüfen. Nun wird die Halterung aufgelegt und angeschraubt. Der rechteckige Ausschnitt dient dabei dem Lichtsensor. Ihr fragt euch, warum ich nicht direkt anschraube, sondern auf einer Holzleiste? Ich wollte die Kamera gerne mobil halten. Um die Kamera leicht zu kippen, habe ich die Halter für die Leiste schräg gedruckt. Als nächstes habe ich die Halter innen am Rand des Deckels angebracht und die Leiste mit der Kamera eingehängt. Für das Kabel benötige ich später noch eine Führung. Nachdem die Kamera nun per USB mit dem PC verbunden ist, installiert sie sich selbstständig und ich kann Lightburn öffnen. Bevor man die Kamera nun einrichtet, sollte man einiges vorbereiten. Wenn man mitten in der Einrichtung ist, finde ich, wird es unhandlich. Mein erster Punkt, Ausdruck eines Kreismusterbildes. An dieses kommt man erst während der Einrichtung, ich würde es aber eher vorab laden. Unter dem Menüpunkt Werkzeuge findet man Kameralinse kalibrieren. Nachdem man seine Kamera dort aus der Liste gewählt hat, kommt man in den Bereich des Erfassens und findet dort den Link für das Bild. Das Bild wird jetzt ausgedruckt und ausgeschnitten. Ein zweiter Punkt, man wird während der Installation aufgefordert, ein paar Kontrollmarken zu lasern. Dafür benötigt man ein Blatt oder ein Brett mit mindestens 20x20 cm Größe. Dieses sollte man sich zurechtgelegt haben und die Gravurparameter dafür wissen und den Laserkopf vorab auf die richtige Höhe eingestellt haben. Anschließend das Material aus dem Laserbereich nehmen. Nun zur Installation der Kameralinse. Über den Reiter Kamerasteuerung wähle ich mir oben meine Kamera aus. Im Menü wähle ich mir über Werkzeuge jetzt erneut den Punkt Kameralinse kalibrieren und wähle meine Kamera aus. Stelle in meinem Fall auf Standardobjektiv und bestätige mit Weiter. Hier käme nun die Aufforderung mit dem Ausdruck des Musters, wie vorab erklärt. Man legt nun immer wechselnd auf die Position, die das Beispiel oben im Bild vorgibt, dieses Muster. Die Kamera kann jetzt Abstände sowie Winkel erfassen und berechnen. Nach jedem Positionswechsel wird auf den Button Erfassen gedrückt. Wird dieser erkannt, wird ein Schwellenwert ermittelt und der Weiter-Button aktiv. Dieses kann unter anderem auch einige Male nachschieben bedeuten. Ich habe mir eine weiße Fläche darunter gelegt. Es war mir etwas zu unruhig beim Autofokus. Mitte, Mitte unten, Mitte links, Mitte rechts, Mitte oben, unten rechts, unten links, oben links und oben rechts. Die Linseneinrichtung ist fertig. Im Anschluss kann jetzt direkt die Kamera eingerichtet werden. Jetzt habe ich mein ausgewähltes Brett eingelegt. Das ist der zweite Punkt aus meinem vorigen Abschnitt. Falls es notwendig ist, die Kamera auswählen, mit Weiter bestätigen. Bei diesem Punkt wird nun das rechts dargestellte Bild mit den vier Kontrollmarken auf das Brett graviert. Materialstärke habe ich 4 mm. Geschwindigkeit und Leistung sind meine gewählten Gravurparameter. Beim Auswählen des Testrahmenfahrens erscheinen im Hintergrund dieses Menüs auf der Bühne die übertragenen Kontrollmarken. Der Rahmen passt und ich starte den Auftrag. Die Kontrollmarken werden nun auf das Holz übertragen. Das Brett soll nach der Gravur nicht mehr bewegt werden. Es dient der exakten Einmessung. Die Gravur ist nun fertig und es kann mit Weiter bestätigt werden. Um alle Punkte zu sehen, kann man den Schlitten jetzt mit den Pfeiltasten aus dem Kamerabereich fahren. Als nächstes erzeugt man über den Punkt Bildaufnehmen ein Standbild. Ist dieses zufriedenstellend, bestätige ich es mit Weiter. Im nächsten Schritt werden nun die Kontrollmarken so genau wie möglich markiert. Vergrößern und verkleinern kann man unten über den Button oder mit dem Stellrad der Maus. Einen nach dem anderen mit dem Doppelklick markieren. Wichtig ist es, die Reihenfolge einzuhalten. Unten links sieht man dazu, welcher Punkt gerade an der Reihe ist. Ist man fertig, bestätigt man dies mit Weiter. Jetzt noch auf Abschließen. Mit diesem Punkt ist die Kameraeinrichtung fertig. Um das Kamerabild nun in horizontaler Lage auf die Bühne zu projizieren, drücke ich den Overlay Aktualisieren Button. So, ich werde mal eben den Schlitten ein wenig aus dem Bild fahren. Ich wähle erneut Overlay Aktualisieren. Nun ist das Kabel zwar noch ein wenig im Weg, ich glaube vorher war es besser, aber ich lasse das mal so. Um den Versatz meiner Kamera zu prüfen, lasere ich mir auf das Brett mit den Kontrollmarken ein paar Tests. Als erstes ein Rechteck, das die Mittelpunkte der Marken umschließt. Dafür ziehe ich mit einer Linie von Marke zu Marke. Von Weitem sieht das Ergebnis schon sehr gut aus, aber der Versatz oben und unten ist gut zu erkennen. Rechts, links ist ziemlich gut, das werde ich so lassen. Nach einigen Korrekturen versuche ich es mit einem Kreis um die Marke, um den parallelen Abstand zu sehen. Ich bin erfreut, das Ergebnis ist überraschend gut. Als nächstes versuche ich es oben links und setze auch dort einen Kreis um die Marke. Und mein Ergebnis? Sehr schlecht. Jetzt setze ich noch zwei Kreise rechts, oben und unten. Das Ergebnis ist perfekt. Auch die Mitte habe ich getestet und dafür ein Like auf Papier gemalt. Nicht gerade schön, aber ich dachte zum Testen genau richtig. Ich habe den Overlay aktualisiert und mit dem Kreiswerkzeug einen Schnittkreis darüber gelegt. Noch die Parameter angepasst und los. Nach einigen Versuchen und der Suche nach dem Fehler und als ich ihn endlich fand, war mein Daumen eher peinlich. Aber ich wollte ihn euch nicht vorenthalten, zumal ich nun die Lösung hatte. Der Autofokus meiner Kamera justiert sich einfach zu viel. Und je nach Höhe, in dem er justiert, ändert sich auch das Bild des Overlays. Ich muss darauf achten, dass er immer ganz unten justiert. Entscheidend ist auch, dass der Auflagebereich meines Lochblechs fix ist und sich mit der Materialstärke die Höhe ändert. Aber mein Fazit, für 13 Euro und ein paar Tage warten, ist es ein tolles Gadget und mit etwas Feingefühl sicher lohnenswert. Heute baue ich nur ein schnelles Spielzeug. Mit Acrylfarbe bewaffnet, habe ich mein Pappelsperrholz, 4 mm Dicke, eingefärbt. Etwas rot hier, etwas schwarz dort. Das Pappelholz war etwas gebogen, deshalb habe ich es mit Magneten auf meinem Lochblech fixiert. Über die Kamerasteuerung kann ich nun mein Overlay aktualisieren. Ich habe mir ein kleines Labyrinth ausgedacht mit meinem Logo und importiere mir das auf die Bühne. Über die Schaltfläche Anzeigen kann ich nun mein Overlay an- und ausschalten. Ich positioniere es mir noch ein wenig, etwas höher vielleicht noch. Im nächsten Schritt habe ich mir das Motiv mit unterschiedlichen Farben in Layer unterteilt, um die Reihenfolge des Schnitts besser zu steuern. Zunächst fange ich mit dem unteren Teil an und deaktiviere die anderen Layer in der Ausgabe und Anzeige. Über Anzeige schalte ich den Overlayer aus. Und über Ausblenden schalte ich die Opazität des Overlayers aus. Als erstes teste ich den Bereich mit der Rahmenfunktion und starte den Auftrag. Ich finde im Kameramodus kann man sehr schön die Laserabstrahlung des Lichts und den Dunst in lila sehen. Meine Lasereinstellungen sind 600 bei 80%. Wie man sieht, hatte ich das Brett nicht hochgesetzt. Das macht sich im Schnitt immer sehr bemerkbar. Im Bereich Nasehorn ist das Brett noch sehr stark gewölbt, so konnten sie durchfallen. Der Rest der Platte liegt ebenbündig und hat ein paar Stellen etwas geklemmt. Um nichts kaputt zu machen, habe ich dann Bereiche, an denen es klemmte, ausgebrochen. Den Bereich in der Mitte wollte ich eigentlich noch veredeln, habe mich aber dann doch dagegen entschieden und den Kreis wieder eingeleimt. Auf einem Reststück Plexiglas aus dem Baumarkt habe ich die Grundfläche übertragen und später ausgesägt. Die Rückseite meines Labyrinths mit Leim versehen und auf die schwarze Untergrundplatte geleimt. Groben Leim habe ich mit einem Zahnstocher entfernt, den Rest vernachlässigt, da mein Leim transparent aushärtet. Verbunden habe ich dann meine Schichten mit dem Plexiglas und ein paar Buchschrauben. Bei mir waren es 10 mm Höhe. Fürs Finish habe ich noch die Ecken und überstehenden Kanten des Plexiglases abgeschliffen. Aber man sollte nicht vergessen, vorab noch eine passende Kugel zu finden und diese dann auch einzusetzen. Ein altes Kugellager wäre schön gewesen. Aber so besteht meine nun aus Fimo. Meine Vorlage könnt ihr euch gerne wieder downloaden. Ich werde sie im Infotext hinterlegen. Zum Abschluss habe ich noch einen kleinen Materialtest. Diesen findet man auch in anderen Videos, aber ich wollte gerne meine eigenen Erfahrungen und Parameter finden. Ich habe zwei alte Blechdosen von leckeren Schokoladenkugeln gehabt. Fixiert mit ein paar Magneten wollte ich nun mein Logo darauf gravieren. Meine Parameter dafür sind 300 mit 80%. Erster Versuch war Dispersionsfarbe. Grob mit dem Pinsel aufgetragen und trocken geföhnt. Ich föhne eigentlich alles, was schnell gehen soll. Der Laser hat die Farbe entfernt und mit dem Schwarz zusammen finde ich das schon fast edel auf dem Deckel. Nach dem Entfernen unter fließendem Wasser war das Ergebnis allerdings ernüchternd. Das Motiv ist blass und kaum sichtbar und der Rahmen hat schmierige Ausreißer. Mit viel Licht sieht man auch meine Kratzer vom Entfernen der Farbe. Als nächstes dann der Senftest. Ich habe die Schicht dünn aufgetragen mit einem Messer und trocken geföhnt. Ich hatte schon einige Videos davon gesehen. Was aber alle verschwiegen hatten, es riecht lecker. Es ist richtiger Räuchersenf. Im Gegensatz zur Dispersionsfarbe bleibt der Senf auf der Oberfläche und färbt sich schwarz. Ich finde der Senf hat erstaunlich wenig Schwauchspuren. Unter fließend Wasser ließ er sich gut entfernen und das Ergebnis, mein Logo ist gestochen scharf, auch wenn der Rahmen genau dort Einbrüche hat, wo der aufgetragene Senf eine leichte Welle hat, empfinde ich das Ergebnis toll. Ich werde demnächst noch einiges auf Aluminium damit testen. Ich möchte Euch danken für die vielen Abos und hoffe, Ihr habt etwas Anregung gefunden. Und wer mich noch nicht kennt und mehr sehen möchte, darf mich gerne abonnieren. Ich wünsche Euch einen schönen 4. Advent. Bis zum nächsten Mal. Dicke Dregenküsschen.